Heute geht es hinunter in den Süden, nach Florenz, in das Zentrum der Renaissance. Mit Renaissance bezeichnet man eine Zeit, die vor 600 Jahren in Italien begann. Der Name bedeutet übersetzt Wiedergeburt. Und was wurde wiedergeboren? Die Antike! Die Menschen im Mittelalter bekamen Lust auf Neues und entdeckten etwas Altes, die Ideen der Antike. Hierzu ein Beispiel. Im Mittelalter wurde der menschliche Körper immer mit schwerem Stoff verhüllt gemalt. In der Renaissance aber versuchten die Künstler, den menschlichen Körper immer genauer zu zeichnen. Die Muskeln am Arm zum Beispiel sollten so realistisch wie möglich dargestellt werden. Siehst du, dass das Kreuz mit Jesus auf dem Bild in einem Raum zu stehen scheint? Was für uns heute normal ist, war damals eine Sensation. Plötzlich war es möglich, einen gesamten Raum auf einer flachen Leinwand darzustellen. Das Ganze ist natürlich ein Trick und der heißt Perspektive. Bei diesem Trick richten sich alle Gegenstände auf dem Bild an einem Punkt aus. So entsteht eine räumliche Wirkung, die Zentralperspektive genannt wird. Das Bild mit dem Kreuz im Raum, das du hier siehst, ist das erste Bild, das jemals mit Hilfe der Zentralperspektive gemalt wurde. Übrigens, erinnerst du dich an die Stifterin Uta von Ballenstedt im Naumburger Dom? Im heutigen Bild kannst du die Stifter rechts und links am unteren Bildrand erkennen. Danke für die Stifterin Uta von Ballenstedt im Naumburger Dom. Und dann noch einmal ein Bild, das ist das heute in der Stifterin Uta von Ballenstedt im Naumburger Dom. Und dann noch einmal ein Bild an die Stifterin uta von Ballenstedt in der Stifterin. Und jetzt noch einmal ein Bild an die Stifterin der Knie, das ist das nächste